Das sind Lachsaretzger, den Stiel habe ich schon entfernt. Mit der Handvoll reicht es an der Stelle auch. Da oben sind die nächsten Hexenhörlinge. Das schaut doch super aus. Das haben wir wirklich vom Weg aus schon gesehen. Erstaunlich, dass die Boys noch dastehen, Boys & Girls. Also beim Zuputzen vom flockenstieligen Hexenhörling, die blauen gleich wunderbar. Und was man hier oben sieht, das war jetzt nicht ich, sondern das sind, denke ich mal, Kratzspuren von Tieren, vermute mal hier eher Mäuse. Und das oben drüber hier, könnten dann auch eine Reihe von Mäusebissen sein. Und da, wie gesagt, war bei der Pilzwanderung natürlich die Empfehlung, so etwas wirklich großzügig wegzuschneiden, um keine Infektionen eventuell von nagigen Tieren oder sonstigem zu bekommen. Ja, zwei wirklich super, super schöne flockenstielige Hexenhörlinge. Oben diesen Verbiss, um den kümmere ich mich dann zu Hause. Am Rand, wie gesagt, diese Biss- und Kratzspuren habe ich jetzt einfach großzügig weggeschnitten. Auch unten am Stiel schon etwas weggenommen. Wunderbar, sehr schön. Über die freue ich mich wirklich sehr, sehr. Und das Ganze eigentlich in Sichtweite, also jeder, der hier vorbeigeht, muss die eigentlich sehen, wenn er aufmerksam ist. Den dritten im Bunde, den kleinen hier, den lasse ich tatsächlich auch stehen. Die großen vom Körbchen her sind eh schon mehr als gut jetzt gefüllt innen drin. Das passt schon mal wunderbar für mich. Jetzt geht es da noch mal oben in den Bereich noch mal rauf. Schauen wir uns da noch mal kurz um, aber vielleicht da noch mal ein paar weitere. Ich glaube, da hinten steht sogar auch noch eine. Jawohl. Gehe ich dann so noch mal kurz hin. Ob da oben vielleicht noch irgendwo ein paar Steinpilze zum sehen sind oder schöne andere Pilze vielleicht. Ne. Jetzt gehe ich doch mit euch gemeinsam hin. Wie gesagt, da vorne den Pilz. Ich wähnte ihn als vermeintliche Flockenhexe. Nein, das ist ein Steinpilz. Sehr schön. Auch noch ein kleiner, schöner, dicker, fester. Und wo ich mir den vorher gerade angeschaut gehabt habe. Ist dann der Blick nach da oben gegangen. Der war vorher komplett verhindert von der dicken Fichte hinter mir. Da haben wir den nächsten Steinpilz. Aber der ist schon, denke ich, zu weich. Wir können ihn mal gemeinsam rausnehmen, nur um ihn uns anzuschauen. Ja, von unten das Röhrenbild. Dunkelgrün, auch der Stiel schon ziemlich, ziemlich luftig, nehmen wir es einmal so. Aber hier wäre der nächste schöne Steinpilz, ein paar Tage zu spät. Und im Schatten vom Steinpilz dahinter die nächste Flockenhexe. Also das Waldstückerl hier, das überrascht. Ich wollte hierher kommen, mal kurz durchschauen, in der Hoffnung eben auf Steinpilz und auf flockenstielige Hexenröhrlinge. Und dann kommen die hier wirklich, wirklich schön zahlreich vor. Und so ein Dickerchen, das muss man sich fast noch mal mitnehmen. Schaut mal hier unten auch wieder die wunderschönen roten Röhren drin. Der schöne, geflockte Stiel. Ja, super, 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 super. Schaut ihr, jetzt haben wir unsere zwei wunderbaren, kleinen, feisten Röhrlinge hier sehr schön vereint vor uns liegen. Rechts eben der flockenstielige Hexenröhrlinge. Links ein wunderschöner Fichtensteinpilz. Der hat aber auch eine Schattenseite des Lebens. Wenn ich den hier umdrehe, fehlt da tatsächlich schon so gut wie die Hälfte weggeschnoppelt von Schnecken, denke ich mal. Da hängt zumindest noch ein sehr hungriges Schnecklein oder zwei sogar hängen hier drin. Naja, die Hälfte vom Steinpilz geht schon noch, aber die Flockenhexe ist dafür noch wunderbar ganz. Aber der Steinpilz hat leider auch in sich, nämlich Haufen Madengänge. Das wird hier vermutlich bis zum Hut. Ja gut, da hören es auf. Da sind noch ein paar, zwei, drei drin. Aber das restliche Teil hier unten, das sind alles keine Stücke mehr zu mitnehmen. Die bleiben hier im Wald. Okay, dann ist jetzt der Steinpilz bis auf den Hutbereich bloß noch was zu gebrauchen. Nehmen wir hier auch mal diesen Fraßbereich von der Schnecke gleich ab. So, wunderbar. So, Hut fest, Röhren fast noch schön weiß. So nehmen wir die natürlich noch sehr sehr gerne mit. Ich kann euch nur dieses toll gefüllte Körbchen zeigen. Jetzt sieht man schon gar nichts mehr von den Trompetenpfifferlingen aus. So ein paar gelbe Stielchen unten drunter. Mei, die müssen jetzt ein bisschen leiden durch die schweren Pilze oben drüber. Hilft nix. Da müssen die jetzt durch. Durch in dem Sinn gehen wir jetzt auch noch weiter durch den Wald. Da vorne diese großen Pilzlein. Da haben wir schon die ersten schönen Nebelkappen für diese Saison. Da zieht sich so ein ganz schöner Hexenring bis davor. Mal kurz zu den Nebelkappen. Es sind keine Speisepilze mehr. Früher waren die wohl mal als Speisepilze deklariert. Die bilden auch immer wunderschöne Hexenringe aus. Haben hier diesen schönen grauen Touch. Jetzt nehmen wir mal ein Exemplar hier raus. Unten laufen da die Lamellen so schön am Stiel nach oben. Oben eben dieses gräuliche, so Nebelfarben, wenn man es so sagen kann. Riecht nach Pilz. Ist ein Massenpilz jetzt hier im Herbst, aber kein Speisepilz mehr. Der Graben hier rauf, der ist nur ganz interessant. Da oben sind lauter gelbe Korallen. Ihr könnt es wahrscheinlich über das Kamerapild noch nicht richtig erkennen. Da dazwischen. Ja, Pilze kann ich jetzt von der Weite nicht ganz bestimmen. Rühren wir zu meinen Füßen noch mal eine kleine, wenn auch schon ältere Koralle. Die wäre jetzt auch, selbst wenn sie essbar ist, denke ich nicht, weil die schon ziemlich braune Ecken und Enden hat dahinter. Und an der Stelle damit auch der letzte zu alte Steinpilz, den ich euch zeigen werde. Jetzt kommen noch mehr, wenn maximal noch ein paar Frischfunde dazu. Auch schön ein enormes Exemplar. Wunderbar. Ein paar Schritte weiter. Tatsächlich der erste Lurchi für heute, sprich ein Feuersalamander. Aber da es heute ziemlich trocken ist, wundert es mich ehrlich gesagt, dass ich sogar überhaupt einen sehe, weil der Rest war jetzt wirklich gut versteckt oder hat sich verkrochen. Aber dem taugt es hier anscheinend an der Stelle. Zwei schöne Pilze. Das ist eben eine von den Korallen, was ihr vorher von der Weite gesehen habt. Daneben denke ich mal, das ist eine Schleierlingsart. Lass ich jetzt hier mal so stehen. Aber echt auch erstaunlich, wie unterschiedliche Pilze tatsächlich auf so engem Bereich, tatsächlich als Fruchtkörper dann aus der Erde kommen. Vor mir eine weitere Pilze, die wir heute, glaube ich, noch nicht auf Kamera hatten. Das sind unsere hier oben als bekannten Semmelstoppelpilze in der typischen Brötchenfärbung. Ich kann jetzt hier mal ein Stückchen rausnehmen. Also, ob das jetzt da so... Ja, mehr will ich gar nicht tun. Also, es ist ein Semmelstoppelpilz. Da erkennt man es, denke ich mal, von den Stoppelchen. Da vorne auch ein paar schöne größere Exemplare noch. Einzelversteuert da hinten. Und jetzt auf der nächste große Steinpilz. Wunderbar. Und mit denen geht es dann auch schon weiter. Ja, es ist einfach so fantastisch momentan da draußen im Wald. Wirklich so ein schöner Schwammerlherbst, wie man in Bayern sagt. Echter Hammer. Und vor allem wirklich auch sehr, sehr erkenntnisreich. Wie gesagt, das sind Habitate, die kennt man vielleicht von hier und da einmal. Aber jetzt momentan kann man wirklich so die Pilzstellen finden, wenn man sie denn so auch wirklich jetzt noch so vorfindet. In dem Bereich, wie gesagt, kannte ich zum Glück schon Steinpilze. Einen halber zum Mitnehmen noch mitgefunden. Schöne Hexenröhrlinge und viele große Steinpilz-Oldies, wie eben gerade gezeigt. Wunderbar. Und jetzt habe ich tatsächlich noch einen richtigen für mich Hotspot vor mir. Das ist die Mooswiese. Da machen wir uns jetzt ganz schnell auf den Weg. Einflugschneise Mooswiese. Und mitten auf dem Weg tatsächlich der nächste alte Steinpilz, auch schon mit Schimmelbefall. Ja, vor ein paar Tagen, vielleicht vor einer Woche, wäre der sicherlich noch was gewesen. Da hinten sehe ich jetzt als Blaumittel tatsächlich noch einen rumstehen, der aber natürlich auch schon deutlich zu alt war. Da hinten dann auch. Da haben wir es noch ganz kurz. Das da war einer, der da droben war einer. Wahrscheinlich stehen hier im Unterholz noch einige Fruchtkörper in der Form rum. Aber wie gesagt, wenn wir uns jetzt da vorbegeben, bin ich auf der Mooswiese oder auf diesem Wiesenbereich recht optimistisch, dass wir da noch was finden. Und für alle Freunde von dem Spielchen Hätte-Hätte-Fahrrad-Kette, sprich hätte ich letzte Woche noch genug Zeit gehabt und wäre hier rüber gekommen, hätte ich die Pilze wahrscheinlich in frischem Zustand gefunden und mitnehmen können. Habe ich nicht. Mir wurscht. Passt schon. Schön gefunden. Ich weiß, dass es die hier auch ja gibt in der Form. Und ich meine, das, was ich heute gefunden habe und letzte Woche gefunden habe, vor mir wieder wunderschöne Fliegenpilze hinterm Baum jetzt gerade hervorgekommen. Ja, was willst du denn mehr? Fliegenpilze in Reihe und Glied von unten frisch, in der Mitte schon älter. Da hinten auch ein frischer. Da hinten auch noch ein wunderschöner frischer. Ja, einfach immer wieder schön zum Anschauen, wenn man solche Pilzlein hier wirklich im Vorbeigehen entdeckt und einfach nur genießen kann. Und nun der letzte Schritt auf die Mooswiese. Also der Wiesenbereich hier, ich nenne es eben Mooswiese, weil es einfach so eine schöne Fläche ist. Da vorne ist schon wieder alles voll mit, denke ich, Hallimaschen. Dazwischen, glaube ich, sehe ich einen Maronenröhrling. Ja, das ist jetzt was. Aber jetzt gleich einsam. Wenn wir da so übliche Geschichten erzählen, muss aufpassen. Ja, da stehen sogar ein paar Maronenröhrlinge hier drin. Da vorne, nein, sind keine Hallimaschen, das sind andere Pilze, denke ich mal. Ja, die Fläche war immer gut für schöne Pilzfunde. Der hier vorne, ja, der ist vielleicht sogar schon... Mal schauen. Ja, wohl, geht noch. Ich meine, der Maronenröhrling an sich ist einfach ein bisschen weicher als der Steinpilz, natürlich. Aber das Exemplar hier hinten, ja, das ist natürlich perfekt. Und das da, denke ich, auch noch wunderbar. Haben wir hier noch zwei schöne Maronenröhrlinge. Und jetzt sind wir voll dabei, ein paar Schritte weiter. Hier unten drin kommt ein ganz kleiner Babysteinpilz raus. Aber den nehme ich heute jetzt einfach auch mal mit. Schaut her, ganz frisch, ganz klein. Und da hinten oben, denke ich, haben wir noch einen älteren Maronenröhrling. Aber der gefällt mir jetzt einfach, ja, von der Größe her gibt es frischere, schönere, jüngere. Und den lasse ich stehen. Und dafür darf dieser kleine Steinpilz hier mitfahren. Ja, unsere Lacktrichterlinge haben wir heute, glaube ich, auch noch nicht auf Kamera gehabt. Die sind natürlich auch momentan nicht allgegenwärtig, aber sehr zahlreich zumindest vorhanden. Und immer ein, auch wieder wunderschöner Farbklecks in so einem schönen grünen Moosgebiet. Und irgendwie, glaube ich, ist es auch gut, dass ich letztes Mal hier nicht mehr war. Weil mein Körbchen ja eh schon so schön und voll gefüllt war. Ich hätte die wahrscheinlich sogar letzte Woche hier stehen lassen. Von dem her haben sie bei mir jetzt im wahrsten Sinne des Wortes etwas Schonzeit gehabt. Mal schauen, was da hinten wieder drin steht. Na, auch jetzt, kenne ich jetzt gerade nicht. Ja, einfach so ein schönes Fleckerl. Und da kann man sich jetzt einfach noch mal in Ruhe Zeit nehmen zum Durchschlendern. Bevor ich jetzt den Bereich hier final durchschreite, hinter mir quasi, mache ich jetzt noch mal eins, jetzt gehe ich noch mal auf die andere Seite von der Wiese, wo ich letzte Woche die Kollegin getroffen habe. Und ich bin jetzt nur neugierig, wie es den Pilzen jetzt momentan ergeht, die jetzt seit einer Woche da drüben zu alt waren. Ob die noch da sind, ob vielleicht ein paar Fische dazugekommen sind. Einfach noch mal ganz kurz zum Schauen. So, jetzt sind wir auch schon gleich hier drüben. Letztes Mal, wie gesagt, war hier am Randbereich, direkt am Zaun, eine Menge los. Die Fliegenpilze sind noch da. Hier unten, ja, sind Reste von Fliegenpilzen. Ich glaube, das war die Stelle, wo wir die schönen Steinpilze gehabt haben. Und von denen ist tatsächlich alles hier optisch restlos. In dem Sinn, restlos bis auf meine Schnitzreste von letzter Woche. Das sind die hier. Wirklich alles von Fruchtkörpern hier verschwunden. Entweder schon von Schnecken vertilgt oder anderen Tieren. Ich weiß es nicht auf jeden Fall. Eine Woche ist es her und man sieht so gut wie nichts mehr von Steinpilzen. Auch der, das war noch von mir, der war jetzt richtig der Wurmt. Also, auch keinen Sinn mehr. Da oben eben die Schiene, Kombination Steinpilz, Fliegenpilz. Den Baum, den haben wir letzte Woche gehabt. Den Steinpilz hatten wir hier. Den habe ich, glaube ich, auch wirklich so aufgenommen. Der ist tatsächlich jetzt hier verblieben. Sogar noch erkenntlich als Steinpilz. Ich kann jetzt mal ganz kurz das Foto von letzter Woche dazu einblenden. Und so schaut eben heute aus. Also, hat sich gut gehalten. Also, zumindest schabilitätsmäßig. Der ist natürlich deutlich drüber. Also, von letzter Woche war der auch schon drüber. Aber, ja, interessant. Den erkennt man zumindest doch. Nächste Stelle, beziehungsweise von letzter Woche. Das hier sind tatsächlich meine Schnitzreste von dem großen Steinpilz. Ihr erinnert euch vielleicht dran. Hier unten ein paar Stückchen. Ansonsten schon wieder alles komplett weg von diesen Monstern. Da unten drin war ja auch einer drin gestanden. Man sieht aus ein bisschen, ja, komisch am Boden. Eigentlich gar nichts mehr von den Pilzen. Also, ich weiß nicht, ob das jemand wirklich ernsthaft sammelt, wenn er hier hochkommt. Ich hoffe mal nicht. Ansonsten echt alles weg. Als ob nichts gewesen wäre. Jetzt muss ich mal schauen. Irgendwo da hinten war ja auch noch mal so eine Dreiergruppe, die ich am Schluss aufgenommen hatte. Nö. Auch die sind echt restlos weg. Erstaunlich. Echt erstaunlich, oder? Also für mich zumindest. Was wirklich binnen einer Woche hier komplett passieren kann, ohne dass man jetzt da vielleicht in das richtige Zeitfenster nichts erwischt, latscht man komplett an Pilzen vorbei, die ansonsten hier schön vorkommen würden. Und vor mir auch noch mal eine Stelle von letzter Woche. Ja, Fliegenpilze kommen frisch nach. Da unten ist der Bart von einem Steinpilz übrig geblieben. Ja, erstaunlich. Also, ich finde das immer sehr, sehr interessant, wenn man so eine Vergleiche machen kann, eben von Woche zu Woche, wie sich wirklich die Pilzwelt hier so dahingehend einmal entwickelt. Es kommen hier wirklich ganz frische Fliegenpilze raus. Da hinten, ich glaube, der war letzte Woche schon da gestanden. Der da war letzte Woche auch schon erkannt als Steinpilz. Da ist zumindest noch der traurige Rest da. Okay. Hier unten kommt ein Maronenrohrling raus. Das passt aber. Den lasse ich jetzt hier sogar stehen, weil ich gerade noch einen, wo ist er denn? Ich glaube, den hier gefunden hatte. Nein, der war es. Der war es. Entschuldigung. Genau. Und da unten drin im Augenwinkel noch einmal erkannt. Da vorne haben wir einen Pfefferrohrling. Den lasse ich aber heute auch einfach mal so drin stehen. Ja, und Kinder, wie die Zeit vergeht, ich muss schon wieder zurück zum Auto. Kinder kommen von der Schule, Kindergarten. Ja, paar Minuten haben wir noch auf dem Weg nach unten. Dann werde ich vielleicht noch ein paar neue Stellen jetzt mal anders abgehen oder einen anderen Weg einschlagen. Und dann lassen wir uns überraschen, ob noch irgendetwas Schönes auf uns zukommt. Entlang dieser Hangschräge habe ich mit vorgearbeitet. Es ist noch ein kleiner, flockenstiliger Hexenreling dazugekommen. Und da, so halb von unten gesehen, steht tatsächlich ein Riesenschirmling. Ich habe ihn auch jetzt gar nicht so riesig aufgeschirmt. Mal ein kleineres Exemplar. Aber es ist einer, weil der hier diesen genatterten Stiel hat. Auch oben die verschubbare Hut. Das ist kein Safran-Schirmling, sondern ein Riesenschirmling. Schön, aber der darf heute hier stehen bleiben. Der passt jetzt bei mir jetzt gerade nicht so in den Pilzkorb. Und von dem geht es jetzt da irgendwie bergab. Ja, mal schauen. Vielleicht arbeite ich mich an diesem Bachlauf da unten etwas vor. Und dann, ja, das ist ein anderer Bereich. Bin ich, glaube ich, so noch nicht abgegangen. Was muss ich überraschen, ob auf dem Weg zum Auto noch irgendetwas auf uns zukommt. Jetzt bin ich am Bachlauf unten. Und was auf uns bzw. auf mich noch zugekommen ist, ist hier ein einzelstehender schöner Pfifferling. Aber der darf hier heute auch so stehen bleiben. Jetzt bin ich wieder am Rand von dieser Bergwiese. Und zu meinen Füßen Spuren bzw. keine Spuren. Doch, ist eine Spur. Ein alter abgeschnittener Steinpilz, der an sich eigentlich nur so halb fest ist. Da hinten ist immer nur das andere Strunkstück. Der wurde hier ganz vor kurzem erst mal gekillt. Und hingeschnitten. Ein letztes Mal noch mal für euch heute, denke ich mal. Ein Eindruck, wie hier schön die Fliegenpilze rauswachsen. Das geht hier los von da her vorn. Dahinter der ganze Streif. Da gehen wir noch mal ganz kurz gemeinsam hin. Die Fliegenpilze sind komplett gemischt von jung bis alt hier vor. Wunderschöne Fliegenpilze an der Stelle. Echt so schön. Jetzt gehen wir mal kurz gemeinsam zum Körbchen zurück. Das habe ich hier als Erinnerung stehen lassen. Ich nehme jetzt mal mit. Weil hier irgendwo um die Ecke nochmal ein kleiner flockenstieliger Hexenrelling ist. Da unten. Genau. Der hat von der Weite mit seinem schönen samtigen Hut geleuchtet. Ganz frisch. Ganz fest. Nehmen wir jetzt einmal raus. Cool. Das war ein seltsamer Wuchs hier unten mit seiner Einbuchtung drin. Aber da haben wir noch mal einen, ich denke, schönen flockenstieligen Hexenrelling heute zum Abschluss. Das Autonat, der letzte Blick nochmal für heute in meinen wirklich wunderschön bunt gefüllten Pilzkorb. Etwas schade, dass man eben die ganzen Pilze unten drunter nicht mehr erkennen kann. Die kleinen Speisetäublinge vom Anfang. Dann eben der ganze Sprung an Trompetenpfifferlingen. Maronenröhrlinge erkennt man noch. Dann obenauf natürlich dann die ganzen flockenstieligen Hexenröhrlinge. Die Reizker, die wir heute gefunden haben. Fichten und Lachsreizker. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch vergessen habe. Ich glaube, die Pilze sehen es mir nach. Wirklich, solche Pilzkörbe sind für mich wirklich das Nonplusultra, wenn sie einfach schön bunt gefüllt sind. Für jeden quasi was dabei. Und da fahre ich jetzt damit sehr, sehr gerne nach Hause. Mit einem riesigen, breiten Lächeln im Gesicht. Und damit verabschiede ich mich heute schon wieder von euch. Von dieser wirklich für mich super, super tollen Herbstpilztour. Echt der Wahnsinn, was momentan mit den Pilzen abgeht. Ich habe mich heute vom Filmen ein bisschen so auf den Fokus Speisepilze eher gehalten. Die unzähligen anderen Pilze. Wirklich der Wahnsinn, was momentan da so im Wald drin alles schön sprießt und wächst. Wirklich, wirklich cool. Ich will mich auch bedanken bei euch an die wirklich zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer, die immer regelmäßig meine Videos schauen. Ohne euch würde es einfach keinen Spaß machen oder nicht so viel Spaß machen, Videos zu veröffentlichen. Und dass ihr an meinen Wanderungen teilhabt. Wirklich herzlichen Dank an euch alle. Und dann bleibt mir schon wieder nichts anderes übrig. Euch auch ein schönes, erfolgreiches Pilzwochenende zu suchen. Wer es raus schafft. Viele, viele tolle Funde wünsche ich euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Servus. Schnell. Untertitelung des ZDF, 2020